Hm. Hm. Flasche? Ne, Geist. Ja, du siehst aus wie eine Flasche, aber keine, die ich mitnehmen wird. Du wärst mir selbst geschenkt, so teuer. Irgendwie muss es doch jetzt... Wart mal, ich hab doch mal einen kleinen Vogel. Ja, ich hab einen kleinen süßen Vogel. Hm. Ne, komm, geh ich mal zur 3. Ich bin zu faul zum Laufen, ganz ehrlich. Ist doch... Ist doch irgendwie immer so, sobald man... ...ne schnellere Fortbewegungsmöglichkeit hat, als... ...die normalen Schuß des Leisten... ...hat man auf einmal keine Lust mehr zu laufen. Irgendwie... ...Flasche, Flasche, Flasche. Irgendwo. Gut, so ein paar Herzteilchen würde ich auch nicht Nein sagen. Ich brauch jetzt noch zwei oder so, dann... ...hab ich wieder ein volles Herz. Also... ...in der Lebensanzeige oben ein Herz mehr. Hallo. Oh, ich kann die leider nicht mitnehmen, Süße. Tut mir leid. Schade. Ist eigentlich traurig. Ich komm bald wieder. Da wohnen die beiden Alten. Ich guck mal, weil jetzt hab ich ja dem Vogel was vorgeflötet. Ob er jetzt was anderes zu mir sagt. Schnarsch. Na super. Er sagt Schnarsch. Ja, und der... ...erzählt immer noch von seiner Bade nix am Wasser. Ach. Hier oben geht's ja weiter. Ein Herz. Volles Leben. Da oben steht ne Kiste und die will ich ran. Wie komm ich da ran? Drüber springen? Hat das Ding nicht noch ein... Ach, wie heißt's? Ein Hintereingang? Weil da käme ich ja da ganz einfach ran. Ich guck jetzt einfach mal. Hm. Und wusch, wusch, wusch. Boom. Hast du was gegen mein wusch, wusch, du komisches Ding? Yay, wusch, 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 wusch. Juhu. Wusch, wusch. Ah, okay. Ja super, warum hat er das Ding... War der Hintereingang die ganze Zeit da? Und ich, Idiot, bin immer vorne angerallt. Und ich, Vollidiot, bin immer... ...zur Vordertür rein. Und... ...zigtausendmal an dieser Flasche vorbeigerannt. Nee, oder? Ach, ihr Leute. Ach, ihr Leute. Komm mal her, Vogel. Komm, ihr meine kleine süße Ente. Sieht für mich aus wie eine kleine süße Ente. So, geh' ich mal hier um. Ach, das war ja der Erste hier. Nee, der Zweite, der Dritte. Auf jeden Fall war ich hier ja schon. Diesmal mache ich es jetzt mal so. Wie ich es, glaube ich, mal gesagt habe, was ich mal machen wollte, aber dann doch nicht gemacht habe. Und zwischenzeitlich wieder vergessen habe. Jetzt fällt's mal wieder ein. Nämlich hinten mal an der Brücke gucken. Muss halt nur eben schauen, wie ich da wieder hinkomme. So, die Brücke da hinten. Oder ich mache es so. Ich gehe jetzt hier runter und springe ins Wasser und versuche zu schwimmen. Oder ich versuche, den Weg ganz nach oben zu finden. Und am Turm. Dann das erste Licht-Schatten-Welt-Portal. Gucke ich mich nämlich mal oben an dieser Brücke um. Weil ich glaube, da habe ich in einem... In einem Video mal gesagt, dass ich, ähm... Dass es möglich sein kann, dass es da der Eingang... Es sei der Eingang zum... Ach ja, dritten Amul... Der Dungeon vom dritten Amulett war das, glaube ich. Ach komm, hier, ihr grummigen Krabben mit Augen. Ihr seid hässlich und gefällt mir nicht. Gefällt mir, gefällt mir, boah, das aber auch mal. Jetzt komme ich doch von hier aus. In die Sif-Welt. Ich springe hier einmal runter. Ich weiß jetzt nicht, warum ich in die Schattenwelt bin. Ciao. Ciao.